T-Tragide! Wo kommst du denn her? Hier! Direkt aus der Unterwelt! Das hätte ich nicht erwartet. Du hast es geschafft, meinem Hieb standzuhalten. Du hast dich merklich verbessert, König Knut. Meine rechte Hand ist wie gelähmt. Habe ich sie mir gerade verstaucht? Sehr gut! Ein Anführer muss sich werfen! Ich würde ja gern noch länger mit dir spielen. Aber bedauerlicherweise fehlt mir dafür die Zeit. Ich bin so frei, dir jetzt den Kopf abzuschlagen. Die da! Du weidiger Hund! Du wachst es, den König anzugreifen! Und ich bin so frei! Ich bin so frei! Nichts! Dein Mönch! Ja! Majestät, bitte gebt mir euer Schwert und haltet euch zurück. Mist, das tut weh.